Musik Ja, ja, Panne. Also das Peinlichste war, ich erinnere mich, ich habe dirigiert im Konzert, einen schönen langsamen Satz und dann plötzlich kam mir die Idee, um Gottes Willen, das Handy ist hier in meiner Tasche und nicht ausgeschaltet. Und jetzt hatte ich die Wahl, dass ich so mit der rechten Hand weiter dirigiere und mit der linken hier irgendwie reinkomme, aber ich dachte, das wird zu auffällig sein und ich habe dann doch das in die linke Hand genommen und weiter dirigiert und mit der rechten so irgendwie ausgeschaltet, aber es war sehr peinlich. Musik